So, ganz herzlich willkommen zu diesem heute ganz besonders spannenden Video. Das ist ein Video, das sich schon sehr, sehr viele Leute aus der Community, sowohl von Instagram als auch von YouTube, sehr, sehr lange gewünscht haben. Das heißt, es geht einmal darum, die Shops unserer Teilnehmer zu sehen, die wir aktiv mit aufgebaut haben. Das bedeutet Shops, mit denen unsere Teilnehmer aktuell zwischen 50.000 Euro und über eine Million Euro umgesetzt haben. Du findest hier, ich blende es hier irgendwo ein, einmal die wookconsulting-erfahrung.de Seite. Die ganzen Erfolgsinterviews kennst du wahrscheinlich, da sind Leute mit dabei, wie zum Beispiel Philipp und Janine, blende ich hier auch einmal kurz ein. Philipp war zuerst Student, der hat sein komplettes Masterstudium nach nur sieben Monaten in unserer Zusammenarbeit hingeschmissen, ist mittlerweile seit über zweieinhalb Jahren komplett finanziell frei und unabhängig, hat nach aktuellem Stand ein Nettoeinkommen von 15.000 bis 20.000 Euro monatlich. Wir sprechen nicht von im Jahr, wir sprechen auch nicht von Vorsteuer, sondern wir sprechen von Nachsteuer, also 15.000 bis 20.000 Euro netto. Auf der anderen Seite hast du Leute mit dabei, wie zum Beispiel Sebastian, blende ich dir hier auch einmal kurz ein. Gerade mal 21 Jahre alt, hat auch schon in unserer Zusammenarbeit vor über eineinhalb Jahren seinen Job hingeschmissen. Ist bei weit über einer dreiviertel Millionen Euro Umsatz mit seinem Online-Shop. Dann hast du auch kleinere Leute mit dabei, wie zum Beispiel Gabi mit über 20.000 Euro Umsatz. Und noch ganz, 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 ganz viele andere Leute, wie zum Beispiel auch Igor noch als kleines letztes Beispiel, der auch schon weit über eine dreiviertel Millionen Euro mit seinem Online-Shop umgesetzt hat. Und das alles in unserer persönlichen Zusammenarbeit im Mentoring. Von daher, yo, kurze Einleitung noch, wenn du vielleicht komplett neu bist auf dem Channel. Mein Name ist Bastian Huck, professioneller E-Commerce-Lab-Print-on-Demand-Coach. Wir machen jetzt seit mehreren Jahren Online-Shops, E-Commerce und Online-Handel. Und haben, wie du gerade gesehen hast, zig, 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 zig erfolgreiche Teilnehmer hervorgebracht. So, grundsätzlich, wenn du in Zukunft mehr von solchen Videos sehen möchtest, das heißt, wie kannst du finanziell frei werden, wie kannst du Online-Handel, E-Commerce betreiben, wie kannst du grundsätzlich Online-Geld verdienen, dann hier einfach an der Stelle einen kurzen Like unter das Video setzen. Warum? Der YouTube-Algorithmus, der lernt selbst mit. Das heißt, du bekommst dann automatisch in Zukunft mehr von solchen Videos vorgeschlagen. So, und jetzt will ich dir mal ganz kurz einen Vergleich geben, denn wir haben, was ich ja auch verstehen kann, die Frage ist absolut legitim, wir haben auch immer wieder Leute in unseren Beratungsgesprächen drin für die Masterclass, die teilnehmen wollen und die dann eben sagen, hey Basti, kann ich denn nicht vorher mal irgendwie so ein, zwei, drei, vier, fünf Shops von den ganzen erfolgreichen Teilnehmern von euch sehen, denn ich sehe immer die Umsätze, ich sehe die Gewinne, ich sehe die Leute, aber irgendwie sehe ich die Online-Shops nicht. So, und dann frage ich immer, okay, geh mal einfach so zwei Wochen oder meinetwegen auch drei, vier, fünf, sechs Monate in die Zukunft. Das heißt, stell dir vor, wir haben mit dir genau das Gleiche aufgebaut. Das heißt, du machst monatlich vielleicht gerade aktuell 30, 40, 50.000 Euro Umsatz mit deinem Online-Shop, hast vielleicht aktuell sogar auch schon wie einige Teilnehmer von uns 300.000, 500.000 Euro umgesetzt. Und jetzt kommt irgendein fremder, inspirantes Gespräch und sagt, hey, schick mir doch einfach mal einen Shop raus. So, und jetzt schicke ich genau den Shop von dir raus, um einfach mal ein Beispiel zu zeigen, diesem Interessenten, mit dem du aktuell vielleicht eine halbe Million Euro zusammen mit uns easy, easy umgesetzt hast. So, was passiert? Du hast einen von den ganz, ganz vielen Copycats da draußen. Das heißt, er versucht deinen Online-Shop zu imitieren, er versucht ihn zu kopieren, weil er selber im Leben noch nie irgendwas Eigenes auf die Reihe gebracht hat. Und jo, was passiert? Vielleicht kriegt er einen Teil davon hin. Fakt ist, wenn irgendjemand versucht, dich zu kopieren, kannst du natürlich rechtlich dagegen vorgehen, ist gar kein Thema, aber grundsätzlich ist es so, dass wenn er das Ganze gut macht, auch du erstmal Umsatzeinbrüche haben wirst. So, das heißt Beispiel, du sinkst jetzt von 500.000 Euro auf meinetwegen 300.000 Euro. So, würdest du als einer unserer Masterclass-Teilnehmer das geil finden, wenn ich deinen Shop an irgendwelche Fremden veröffentliche, die dann wahrscheinlich mit der hohen Wahrscheinlichkeit versuchen, deinen Shop zu kopieren? Fändest du das geil? Sehr wahrscheinlich nicht. Und um das einfach mal zu verstehen, das ist der einzige Grund, warum wir die Shops, warum wir die Brands unserer Teilnehmer maximal schützen. Einfach deswegen, weil es so viele nur noch 15 Leute da draußen gibt, die dann einfach nur versuchen, Shops von anderen billig zu kopieren. So was macht man nicht. So was ist Nonsens. Du wirst auch, wenn du einen Ellen Maske anschaust oder wenn du irgendwie Chef Bezos von Amazon anguckst oder wenn du andere oder auch uns oder grundsätzlich andere erfolgreiche Unternehmer anguckst oder die es wirklich einfach geschafft haben im Leben, haben die irgendwie jemand anderen kopiert? Nein, die haben immer ihr eigenes Ding gemacht. Das heißt, wenn du selber wirklich mal erfolgreich werden möchtest, wenn du was Eigenes aufbauen möchtest, dann versuch nie irgend so 0815 Scheißzeug zu machen, irgendeine andere Leute zu kopieren oder ähnliches. Geh raus, geh genau diesen Weg nach, nachdem ich damals gegangen bin. Ich komme selber aus dem Angestelltenverhältnis. Geh den Weg nach, den die anderen Teilnehmer bei uns gegangen sind. Das heißt, das bedeutet automatisch, du musst Zeit, Fleiß und Kapital in den Aufbau deiner Brand und deines Online-Shops investieren. Und jemand, der das nicht macht, der hat es doch gar nicht verdient, genauso finanziell und zeitlich und örtlich frei wie unsere Teilnehmer und mir auch ich selbst zu sein. Dann hast du es einfach faktisch nicht verdient. Dann hast du nicht verstanden, was es bedeutet, sich selbst was aufzubauen und da einfach mal Gas zu geben. Und jeder andere, der aber committed ist und der sagt, ich habe das verstanden, der braucht so einen Online-Shop gar nicht. Der braucht nicht irgendwas, was er vielleicht versucht zu kopieren, sondern der geht rein in Mentoring. Ist das bei uns? Ist das bei jemand anderem? Das ist am Ende des Tages ganz egal. Wichtig ist, dass du jemanden guten gefunden hast, der einfach massenweise Ergebnisse, wie wir zum Beispiel bei uns in der Masterclass hervorgebracht haben oder auch auf der Hook Consulting minus Erfahrungsseite oder auch auf dem YouTube-Channel, was du hier massenweise sehen kannst. Dann hol dir so einen Mentor an die Seite. Dann hast du im Endeffekt schon mal eine komplette Strategie, die für jeden replizierbar ist, die für jeden wiederholbar ist. Das ist wirklich ein Schritt-für-Schritt-Plan. Das heißt, unsere Teilnehmer haben es im Endeffekt halt überhaupt nicht schwierig. Als ich damals das Ganze angefangen habe, da gab es das nicht. Es gab ein paar Leute, die im amerikanischen Raum unterwegs waren. Die Konzepte haben aber nur so semi-gut auf den deutschen Raum gepasst. Das heißt, ich hatte nicht so eine Anleitung, vor allem geschweige denn so eine persönliche Begleitung. Jemand, der wirklich mich da an die Hand nimmt und persönlich durch diesen ganzen Prozess durchführt und mir dann hilft. Also heute, wenn man mal guckt, Philippe und Janine, wie ich es vorhin gesagt habe, innerhalb von sieben Monaten hat Janine damals ihre verbeamtete Stelle als Lehrerin hingeschmissen, gekündigt. Ist jetzt mittlerweile, wie gesagt, seit über zweieinhalb Jahren komplett finanziell unabhängig. Finanziell unabhängig bedeutet, ein monatliches Nettoeinkommen, das fünfstellig ist. Und jetzt kannst du dich mal ganz kurz fragen, okay, was verdiene ich jetzt eigentlich im Monat? Ja, du wirst wahrscheinlich irgendwie zwei, dreitausend Euro haben. Vielleicht hast du auch dreieinhalb oder viertausend Euro. Du musst wahrscheinlich Montag bis Freitag das ganze Jahr mit Abzug von fünf, sechs Wochen Urlaub in einen Shop reinlaufen, der dir wahrscheinlich gar nicht unbedingt Spaß macht. Du weißt ganz genau, du arbeitest nur für andere. Du brauchst nichts Eigenes auf. Du bist abhängig. Du kannst dir deine Zeit nicht einteilen. Du kannst nicht einfach jederzeit verreisen, zum Sport gehen, deinen Hobbys nachgehen. Egal, ob das jetzt Surfen ist oder ob du gerne Yoga machst oder ob du Spa liebst, so wie ich dich liebe, einfach diese geilen, teuren und wirklich auch ausgefallenen Saunen, Dampfbeet und das ganze Zeug oder auch viel Verreise. Das macht mir Spaß, das mache ich gern. Und das kannst du halt nur machen, wenn du unabhängig bist, genauso wie Janine Philipp und die anderen Teilnehmer auch, die du bei uns auf der Erfahrungsseite siehst. Und deswegen wichtig, versuch nicht andere Leute zu kopieren und jetzt verstehst du zumindest, warum wir die Shops unserer Teilnehmer eben nicht rausgeben. Und das ist tatsächlich auch nicht nur auf meine Empfehlung hin, sondern auch deren Mitte, wir wollen nicht kopiert werden. Naja, wir haben keinen Bock, diese 0815 Leute, die das einfach nur probieren. So, deswegen wichtig, fällt für dich eine Entscheidung, willst du selber unabhängig werden, zeitlich, finanziell und auch örtlich, dann bewirb dich hier gerne auch für ein Beratungsgespräch. Geh genau den gleichen Weg, den auch die anderen Teilnehmer davor gemacht haben. Dann hast du was Eigenes, du hast eine eigene Brand und vor allem, du kannst am Ende auch stolz sein, weil du halt nicht einfach nur 0815 versucht hast, irgendjemand zu kopieren, sondern du hast dir was Eigenes aufgebaut. Natürlich hast du das mit meiner, mit unserer Hilfe gemacht, aber dafür sind wir ja auch da. Und vor allem ganz, ganz wichtig ist auch immer, dass du dein eigenes Warum kennst. Warum willst du dir das Ganze denn aufbauen? Willst du deiner Familie was zurückgeben? Willst du deinen Kids was zurückgeben, weil du vielleicht schon Kinder hast? Willst du verreisen, eine Weltreise machen, wie es ich gemacht habe, wie es andere Teilnehmer von uns machen? Hast du ein bestimmtes Hobby, dem du nachgehen willst? Was auch immer, oder was ich jetzt gerade mache, Immobilienportfolio aufbauen. Und da spreche ich jetzt nicht irgendwie für 10, 20, 30 Wohnungen oder Einheiten, sondern wirklich mal groß, dreistellig, vierstellig, dann kannst du das alles machen. Aber wie gesagt, geh im Endeffekt wirklich eins zu eins den Weg vor, den ich schon vorgegangen bin, den zig Teilnehmern von uns erfolgreich nachgegangen sind. Und das kannst du easy peasy, genauso wie alle anderen auch. So, und wenn du genau das Gleiche machen möchtest, dann findest du hier unterhalb des Videos findest du einen Button, da kannst du dich für ein Beratungsgespräch eintragen. Das musst du entweder mit mir persönlich oder mit jemandem aus meinem Team führen. Das bedeutet, dann gucken wir erstmal, wo du jetzt gerade stehst. Gleichzeitig schauen wir auch, was deine Ziele sind. Denn wir haben Teilnehmer, die von Anfang an sagen, yo, ich will extrem viel reisen, ich will eine Weltreise machen. Andere sagen, nö, mir reicht eigentlich ein zweites Standbein, wo ich zumindest mal so 2, 3, 4.000 Euro im Monat zusätzlich verdiene. Andere wollen den Job kündigen. Alles von dem, was ich dir gerade gesagt habe, haben wir mit Teilnehmern schon gemacht. Ist also im Endeffekt nichts Neues für uns. Und wenn du genau das Gleiche erreichen möchtest, dann trag dich hier wie gesagt ein. Du findest den Button, dann lernen wir uns kennen. Und dann gucken wir, dass wir für dich auch direkt in die Umsetzung gehen. Das heißt, wir wollen hier keine Leute in den Beratungsgesprächen haben, die eigentlich gar nicht wissen, will ich mal viel Geld verdienen, will ich mal reich werden, will ich mal finanziell frei sein. Sondern wir wollen wirklich nur mit Leuten zusammenarbeiten, die dieses Feuer in sich haben, die diese Passion mit sich bringen und sagen, ja, ich will diesen Lifestyle, ich will es genauso wie die anderen erreichen. und jo, von daher, das reicht glaube ich an der Stelle, wenn du das Ganze haben möchtest, wie gesagt, trag dich ein. Ansonsten hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Dann würde ich mich natürlich über den Like sehr freuen. Channel abonnieren nicht vergessen und bekommst hier jede Woche die neuesten News zum Thema E-Commerce, Online-Shop, wieder Teilnehmerergebnisse noch und nöcher. Und ansonsten freue ich mich, ich wünsche dir einen schönen Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Dein Bastian. Dein Bastian.